Hinter mir auf der Theresienwiese wird schon fleißig gewerkelt, denn bald ist wieder Wiesenzeit. Und damit Sie sich auch mal vorstellen können, was alles schon steht, haben wir uns mal für Sie umgeschaut. Und damit Sie sich auch mal vorstellen können. Das war ein erster kleiner Blick auf die Theresienwiese, wie sie im Moment ausschaut. Es stehen die Zelte schon, Fahrgeschäfte sind aber noch keine da, denn die brauchen nicht so lange, um aufgebaut zu werden und wir werden sie weiterhin auf dem Laufenden halten, was hier auf der Theresienwiese geschieht, jetzt knapp sechs Wochen vor der Wiese.